Oh, du hast auch vier Arme. Aber das muss ja nichts schlechtes sein. Ein paar Sekunden später. Oh, da kommt eine Nudel hoch. Oh, shit. Der ist ganz schön groß. Na, das Mädchen ist hart im Nehmen, ne? Ich will auf den hier gehen, bitte. Jetzt habe ich ihm auch die Rüstung ausgezogen. Ich schau mir direkt mal an, wie groß das ist. Oh, ui, ui, ui. Der ist ganz schön groß. Oh, jetzt ist auch noch hinter mir einer. Das fühlt sich verdammt gut an. Mein riesiger Bock schafft es einfach immer wieder, alle Mädchen zufriedenzustellen. Ich würde sagen, beste Leben, oder?